Freunde der Nacht, ein Tandoori Kartoffelgratat mit Garnelen. Kartoffeln vom Vortag, die werden geviertelt. Zwei Esslöffel Olivenöl in die Pfanne. Henze-Gourmet-Pfeffer, ja. Kartoffeln, wenn jetzt hier drin, gebraten. Zwei Minuten, wenn wir alle glücklich umgedreht haben, kommen Garnelen dazu. Tiefgekühlt, langsam aufgetaut. Und in der Zeit Kokosmilch, Sahne und jetzt Tandoori-Paste. Ein Teelöffel reicht. Bisschen Salz und Pfeffer, eine Knoblauchzehe, kurieren. Die gerösteten Kartoffeln und die Garnelen kommen jetzt in die Auflaufform. Den gusset ihr obendrauf. Und nun Parmesan reiben mit ein bisschen Reibekäse auf das Gartar geben. Oben noch ein bisschen Pfeffer. Und jetzt ab in den Ofen. Boah, hey. Also wenn das nicht gut ausschaut, nachkochen. Handvoll Zutaten. Wir sehen uns, Freunde in der Nacht.